Das ist die Geschichte von meinem Vater und meiner Mutter. Und auch die von uns Geschwistern. Meine Eltern lernten sich in der Universität kennen und verliebten sich ineinander. Ich hätte es dir schon viel eher zeigen müssen. Sag mir bitte, was siehst du jetzt, Hanna? Mit diesem Tage hatte unsere Familie ihr Geheimnis. Heute schneit es. Ich nenne sie Yuki. Dann heißt ihr Bruder Ami. Mögen es liebe Kinder werden. Bis sie groß sind, werden wir sie behüten. Ja, wir waren etwas anders als andere Familien. Warum sind die Wölfe eigentlich immer die Bösen? Nach Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Summer Wars, das neue mitreißende Meisterwerk von Regisseur Mamoru Hosoda. Yuki! Ich bin Yuki! Ich bin Yuki!